Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Wir machen genau dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben nämlich noch einen Weg zu gehen. Ich habe letztens, letzte Folge hier den Boss getötet, den blutroten Rektor. Und weiß aber noch, weil es ja gerade eben erst war, dass hier hinten noch einen Weg weiter gingen. Bin ich auch bis jetzt nicht wirklich ein, ich nenne die immer Checkpoints, diese Überreste. Hier sind sie glaube ich, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Als ich das Spiel kenne, war halt ein Vorstuhl bei dem Boss, also da geht es nachher weiter. Ähm, marsch wird hoch und dann ist ein Überrest. Du, 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 du. Ach ja, du heilst dich. Dann müssen wir mal ordentlich reinhauen. Okay, ich habe overall zu wenig Schaden gerade gemacht. Machen wir nochmal. Letzte Folge habe ich es geschafft. Große Axt. Sie ist perfekt. Ähm, hier lang? Genau. Da unten möchte ich jetzt umgegangen gehen. Da waren vier oder fünf Hunde. Plus so ein... Ich nenne ihn jetzt einfach mal Wikinger-Typ. Ich habe es gewusst. Ich werde verfolgt. Ich habe es gehört. Weg mit dir. Sehr schön. Ne, ich habe gesagt, weg mit dir. Okay. Da ist ein Überrest. Das hole ich dann, wenn ich hier... ... jetzt mal alle getötet habe. Oder gibt es hier zufällig... Ne, ist bloß ein Überrest. Du da vorne bist ein Gegner. Ziemlich großes Hündchen. Ich will auch Angriff aufladen. Die kleinen Schlingel, ne? Was ist das denn da hinten? Erstmal du. Genau. Dann... Gehen wir einmal kurz in die Geisterwelt. Wurde zwar gut. Müssen wir jetzt mal dort bleiben. Holen das hier. Oh. Oh. Oh, damn, Coward. Come now. You were half dead already. If anything, I'm merely helping you. I'm helping myself. In the name of Aureus, you... Gods. Gods, gods, gods. That's all you people talk about. Aureus this and dear that. You have no vision. No ambition. Ich bin einfach so bereit, um zu regeln zu sein. Also, insofern, was viele denken, wir haben noch nie gebraucht, um die Menschheit zu helfen. Nur der richtigen Mann für die Aufgabe. Wer bist du? Der Zukunft, die du nicht sehen kannst. Ja, gut. Das ging, glaube ich, nicht so gut aus für die Frau. Okay, was bist du dort hinten? Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Du bist nicht das Problem. Ja, du bist ein normaler Gegner. Natürlich, noch ein Hühnchen. Nichts einfacher als das. Okay. Rockhorn ist so schwer, wie gedacht. Oh, das ist ein Flammenwerferhund. Macht doch sowas nicht. Heilung. Natürlich liegt da eine Falle. Was denn sonst? Gott, das ist schon mal so eine riesen Abzweigung. Ich wollte doch... Ich dachte, das ist ein kleiner Weg. Ach ja, diese komischen Fledermäuse. Oder was auch immer sie darstellen sollen. Okay. Könnte unangenehm werden hier drinnen. Ich darf nicht sterben. Ich habe so viel Kraft gerade. Das wäre echt ärgerlich. Einmal das hier, da gehe ich mit. Ich bin zumindest weniger Gegner. Das ist ein Witz. Jetzt. Ich muss zurück. Ich muss so weit zurückkommen, wie es noch geht. Eintreffer. Ich bin tot. Aber ist das jetzt hier der Hauptweg oder der Aufblick beim Boss? Ich bin gerade echt überfordert. Also nicht überfordert, aber überfragt. Solange ich heil zurück ankomme. Okay, gut. Wir wissen, hier geht es auf jeden Fall weiter. Also wenn ich jetzt zurückgehe, dann... Gelevelt. Gelevelt und... Nehmen wir den Aufzug. Mal gucken, wo es da weitergeht jetzt. Weil alles werde ich den Durchgang hier nicht schaffen. Ich werde hier niemals 100% hinkriegen. Never ever. Geht gar nicht. Es gibt zu viele geheime Sachen. Da müsste ich mit einer Komplettlösung spielen. Und das will ich nicht. Okay. Stärke. Und wollen wir mal Strahlen machen. Lohnt sich Strahlen? Agilität. Wir machen 23 Stärke. Wir pushen erstmal Agilität und Stärke auf 25. Und dann gucken wir mal weiter, was wir bis dahin gefunden haben. Entweder brauchen wir Strahlen für eine Waffe zum Beispiel. Oder wir machen dann einfach Vitalität und Ausdauer. Und wo genau geht es jetzt hier hin? Hallo? Hallo? Himmelsrastbrücker. Oh. Jetzt ist das Problem zu lange her. Aber war ich da nicht schon mal? Natürlich war ich hier schon mal. Klaro. Mensch, ich weiß wo ich bin. Also, ist das jetzt hier gar nicht der Hauptweg, sondern wo ich gerade eben war? Fragen über Fragen. Dann runter wieder. Dann muss ich ja dort lang gehen. Einen anderen Weg gab es ja jetzt nicht. Außer ich habe einen Sumpf einfach übersehen. Was gut sein kann, weil Sumpf ziemlich unübersichtlich ist. Aber dann hat sich die Frage jetzt geklärt, wo es hier hingeht. Ein Shortcut zu einem früheren Gebiet. Ob das jetzt gebraucht wird? Keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall eins. Da hinten wird es jetzt anstrengend. Oder gibt es hier noch irgendwas, was ich zufällig übersehen habe? Darunter, nee. Wir müssen da hinten lang. Zehn Minuten Aufnahme. Okay. Damit wir die Folge noch irgendwas sehen. Grüße. Grüße. Bitte einmal durchlassen. Ich bin mit einer sehr großen Axt. Grüße. Ja, 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 ja. Ich weiß, ihr seid Fans von mir. Jetzt könnte es ein bisschen gefährlich werden. Okay, ich muss mir mal diesen einen Gegenstand nicht aufsammeln in der Höhle. Definitiv nicht aufsammeln. Was sind diese Mimics? Ist die Frage... Also ich bezeichne sie jetzt als Mimics, weil... Dark Souls war uns Mimics. Da waren sie aber Drohnen. Äh, Drohen. Nicht mit D. Drohnen. Und... Ich frage mich grad, ob man die hier erkennen kann. Ich frage mich grad, ob man die hier erkennen kann. Okay, wir haben's. So, jetzt sind wir hier oben. Genau, 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 genau. Ach du heilige. Oh Gott. Gut. Das war klar. Double Hit. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Ähm... Ernsthaft ist hier jeder Gegenstand? Nein. Also jetzt wird's langsam albern. In dem Spiel hatte ich bis jetzt noch keine einzige. Und jetzt auf einmal habe ich hier drei hintereinander gefühlt. Gut, zwei ist Schwert. Flimm, das war ja auch Fitzpol's Schlucht. Oder? Ja. Okay, hier müssen wir sowieso jetzt in die Welt rein, sonst kommen wir nicht weiter. Hier hinten wird's ganz schön dunkel, da sehe ich nix. Okay. Okay. Kanonenfutter. Hier unten kommen wir zurück. Gefällt mir ganz gut. So. Da ist ein Woofie. Okay, 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 okay. Hier unten bist du alleine. Der Woofie könnte aber zu Hilfe kommen. Der da hinten könnte auch zu Hilfe kommen. Böse. Ganz böse. so. Heißt, wie was? Ich bin hier hoch spring. Der ist Spider-Man, oder was? Ist ja frech. Na ja, au, au. Komm her. Äh, Feini So Kurbe Mangelaxt Wir könnten runterklettern Okay, da hinten wollen wir wieder hinkommen Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier lang Dann müssen wir zu dem Armbrust Pützen kommen Ja Ernsthaft Ich habe mich schon runtersegeln sehen Okay, dann haben wir bloß noch den Weg da hinten übrig Bitte Bitte, bitte, nein Ich sehe nichts Standard der Radiumklumpen Ich glaube, ich will wieder auf Einhandwaffen gehen Ich weiß es nicht Am liebsten würde ich alle Waffen spielen Aber Einhandwaffen sind so schön schnell Aber die Axt haut halt gut rein Ich glaube, gerade bei den Hunden hier wäre es eine Einhandwaffe Viel angenehmer Wobei ich bräuchte länger Ach, im Endeffekt ist es Man muss mit dem Move-Set spielen können Ist halt so Langsam und schwer macht großen Schaden Sprich, man muss es time und klein und schnell Macht halt weniger Schaden Alt, ja Sieht alles ganz schön brennend aus da hinten Leider Aber hier ist doch gar kein Doch, da oben ist was Ich sehe ja gar kein Leuchtfeuer Die sind ja alle hinter mir irgendwie Und die soll ich ja eigentlich läutern Zumindest der Priester War doch ein Priester Glaub ich Gesagt Ernsthaft Was zum Teufel ist denn jetzt der Vernichter Komm schon Du hältst aber gut aus Kollege, darfst du, dass ich jetzt hier keine Heilung habe Was war das denn jetzt Muss ich den jetzt hier machen Den schaffe ich nicht Aber ich finde, wenn ich Heilung führe Ich muss den machen Oh Gott Kollege, ich habe keine Heilung mehr Mich vielleicht irgendwie Eine Stelle übersehen für Samen Okay, ja Kann ich Kann ich mich sterben lassen eigentlich Never ever Du, was beschwörst du Au Ja Ja Was wir es übersehen haben Der Weg ist Also Checkpoint-technisch in dem Spiel Ist der Weg halt Verdammt 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 Gefühlt Gefühlt kann immer täuschen Aber Der wirkt schon sehr weit Mit sehr vielen Gegnern Also Da bin ich Anderes gewohnt Aktuell gerade von dem Spiel Dass man halt viel mehr Checkpoints hat Und wenn es bloß diese kleinen Samen Ähm Ja Setzlinge sind Die man so auf den Boden machen kann Boah Einen festen Checkpoint hatte ich jetzt Noch gar nicht Darf ich den übersehen Hab den bestimmt übersehen Safe Ich renze nochmal durch Und guck mal ob ich jetzt irgendwas sehe Da sind ein paar Blümchen Aber das ist von dem Von dem Das Verrückkehrding Aus dieser Welt hier Was zur Hölle war das denn jetzt Ja was ist das denn hier Ja was ist das denn hier Das setzen wir doch mal sofort ein Und ruhen Ruhen Sofort ruhen Das hab ich ja hier komplett übersehen Ist zumindest jetzt Neotron Der Ende wird ziemlich auf die leichte Schulter Melkir Melkir Er ist mein Bruder Er ist ein fähiger Er hat Er hat Er hat Drogons Giants Er hat Er ist ein fähiger Er ist ein fähiger Er ist ein fähiger Er hat Okay Dann würde ich sagen Rüte mal eine etwas kürzere Folge Aber Ich muss jetzt langsam beenden Ich bedanke mich fürs Zusehen Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da Schreibt doch mal in den Kommentaren Hallo, Grüße, wie geht's dir? Das ist kacke, das ist gut Macht doch mal die Szene, worauf ihr Bock habt Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal Ciao